Karl und Franz, ist das eine Boy-Group? Bei Familie Mohr gibt es Differenzen. Karl ist cool, während sein Bruder Franz hässlich, aber schlau ist. Genau, und deswegen schwärze ich ihn jetzt bei Papa an. Der Karl ist ein Verbrecher. Was? Dann wird er enterbt. Nein! Dann gehe ich jetzt als antikapitalistischer Robin Hood-Aktivist in den deutschen Wald. Yes, und ich ziehe mir seine Verlobte ammal, ja. Never do arsch, grrrr. Sag mal, ich hatte doch auch noch eine Verlobte ammal, ja. Karl, grrrr, nix funktioniert. Der Alte stirbt nicht, die Alte kriege ich nicht rum. Jetzt nervt mich auch noch ein Pfarrer, ich bring mich um. Aua! Das sieht alles nach einem Happy End für Karl aus. Aber nee, ich bin ja antikapitalistischer Robin Hood-Aktivist im deutschen Wald. Aus Gründen der Berufsehre ammal, ja, muss ich dich jetzt leider umbringen. Ja, das verstehe ich voll. Aua! Und ich stelle mich der Justiz. Hä? Ende. Vielen Dank.